Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Du Johannes, du als unser inzwischen ausgewiesener Animationsexperte, was würdest du eigentlich sagen, sind so die größten Vorurteile gegenüber der gesamten Anime-Kultur, die man von außen haben kann? Was meinst du? Uh, also erstmal würde ich sagen, übertriebene emotionale Darstellung, krasser Sexismus, verbunden mit auch vor allem jüngeren weiblichen Protagonistinnen. Und wenn man dann so ein bisschen ins Abseitige geht, geht es bestimmt auch relativ schnell in Richtung Tentakel. Ach was, ja. Und das Gesamtpaket dessen bekommen wir nun serviert. Aus dem Jahr 1989 und 1991, nämlich zwei Filme, die auf den Namen Urutsu Kidoji hören. Ja, sind berühmt-berüchtigte Skandal-Klassiker. Beide sind 2020 vom Index geflogen. Und da hat sich jetzt ein Verleih in Deutschland gedacht, ach ja, bringen wir da nicht nur ein schickes Mediabook jeweils zu raus, sondern das Ganze auch nochmal ins Kino, beziehungsweise zum ersten Mal ins Kino, auf jeden Fall in der Form, weil das sind ja auch beides die erweiterten, beziehungsweise ungekürzten Fassungen. Ja, die wurden mal genau als OVAs veröffentlicht, dann als Film und jetzt ist es quasi, so wie ich verstanden habe, die längste und härteste Fassung. Ja, betone auf längste und härteste. Aber es kommt nicht immer nur auf die Länge an, sondern auch auf die Härte bei diesem Film. Magst du uns sagen, worum es zumindest im ersten Teil geht? Dazu müssen wir anmerken, du hast den zweiten Teil nicht gesehen. Genau. Und der Kollege Till, der ursprünglich auch hier bei sein wollte, schöne Grüße an dich, hat auch nach dem ersten Film die Waffen gestreckt. Warum, werden wir jetzt hier wahrscheinlich innerhalb dieses Gesprächs erfahren. Ich freue mich trotzdem, mit dir endlich mal eine Animationsfilm zu besprechen. Yay. Und es rollt ja demnächst auch noch ein bisschen was an. Es kann nur besser werden nach der Nummer hier, aber Johannes, klär uns auf, long story short. Genau. Wir leben hier in einer Welt, in der es nicht nur die Menschenwelt gibt, sondern auch noch die Reiche der Menschen, Biester und der Dämonen. Und es gibt eine Legende, laut der alle 3000 Jahre ein riesiges Wesen namens Shoujin kommt und alles zerstört, beziehungsweise diese drei Welten wieder in eine Welt, beziehungsweise in das ewige Königreich zusammenführen wird. Und angeblich wird dieser Shoujin halt wiedergeboren. Und wie es so kommt, wird dem jungen Schüler Nagumo, der ein, ja, man würde in der damaligen Zeit, hätte man wahrscheinlich Lustmolch gesagt, heute würde man wahrscheinlich sagen, ein ekelhafter Perverser ist. Er ist zufälligerweise dieser Shoujin und dementsprechend passieren dann ganz viele Dinge mit Dämonen, Menschenbiestern und jungen, leicht bekleideten Damen. Und Tentakeln. Ja. Äh, vergiss nicht die Tentakel bei diesem Film. Ja, herzlichen Dank. Oh Gott, wie geht man das an? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum wir uns dafür eigentlich gemeldet haben. Und ich habe es mich, äh, während des Films, insbesondere bei dem ersten Teil gar nicht, ja, okay, bei dem zweiten auch, ich lüge, äh, habe ich mich gefragt, was habe ich mir da eigentlich angetan? Warum hatte der dich interessiert? War es der Trailer oder hattest du da vorher schon mal von gehört? Nee, ich habe da vorher noch nicht von gehört. Ich habe auch relativ wenige aus, von diesen ernsthaften, also, man kann darüber diskutieren, ob der hier ernsthaft ist, ähm, aber von diesen, ich sag mal, Sci-Fi-Fantasy-Animes aus den 80ern. Also, ich glaube, wir haben, oder die meisten haben wahrscheinlich Akira und Ghost in the Shell gesehen. Aber da gibt es ja noch einiges mehr, was zum Teil aber auch hier auch nie erschienen ist oder gar nicht mehr verfügbar ist. Und da ich dann vor allem eher, ne, durch Studio Ghibli, etc., pp., und dadurch modernere Animes sozialisiert wurde und natürlich auch, ich glaube, alle, die irgendwie in den 90er, 80er Jahren geboren sind, auch durch die ganzen RTL-2-Serien, habe ich mir gedacht, okay, da kann man vielleicht mal in Anführung, ganz großen Anführungszeichen, eine Bildungslücke schließen. Okay. Ja, gut, lass, lass, lass mir so stehen. Äh, filmen wir das Ganze mit ein bisschen Anspruch oder zumindest Pseudo-Anspruch. Äh, da ist der Film auch ganz gut drin. Ja, RTL 2 hat das gerade schon in den Raum geworfen. Äh, ich sag's frei heraus, äh, ich fühlte mich in dieser Zeit zurückversetzt, nur mit einer, äh, noch hässlicheren Optik als, äh, damals. Und, äh, wie, wie soll man das sagen? Also, ich hab ja auch den zweiten Teil gesehen. Also, Legend of the Overfiend ist ja der erste und der zweite Legend of the, die, äh, Demon-Womp. Ich hätte jetzt bei einer Bomb gesagt, aber egal. Und, ich sag's mal so, der erste Teil ist ein Hentai-Porno, der so tut, als hätte er eine Handlung. Und der zweite Teil ist ein Hentai-Porno, der zumindest versucht, so etwas wie eine Handlung zu haben. Aber beides funktioniert absolut nicht. Und ich sag's, wirklich, ich sag's ganz frei heraus, das war eine Qual für mich. Wirklich. Ja, das, äh, das, äh, das geht mir ähnlich. Also, es ist, genau, es ist dieser Stil, den man vielleicht so am ehesten, wenn man halt durch solche Serien, weiß ich nicht, die frühen Kickers oder das, was so ein bisschen Flight of Sailor Moon nur, also, angeblich ist die neue Version ja irgendwie noch mal ein bisschen gepolisht. Aber ich muss sagen, hier schwankt die Animationsqualität aber extrem. Also, es gibt zum Teil sehr detaillierte Szenen, die, wo ich sagen würde, okay, das ist in Ordnung, grad für die damalige Zeit und das sieht noch gut aus. Und dann gibt es aber zwischendrin auch wirklich Szenen. Ich mein, also, ich bin, ich hab ja relativ viel Naruto geguckt und da gab es immer ganz klar die Folgen, die die Haupthandlung gemacht haben, die waren sehr gut animiert und gezeichnet. Und dann gab es so Folgen, die Fillerfolgen waren, die sahen wirklich absolut müllig aus. Und das hier ist zum Teil auch wirklich handwerklich ist das, also zweckmäßig ist das nicht mehr. Also, nach heutigem Standard wäre es wirklich nichts weiter als TV. Also, das hat, das hat wirklich nichts irgendwie an, in Anführungsstrichen, jetzt mal Kino-Magie. Also, da würde ich selbst noch die, die sind auch nicht so neu gegenüber dem, die allerersten Pokémon-Kinofilme beispielsweise. Oder zumindest der allererste, der hat zumindest noch so ein bisschen irgendwie wertige Optik und ist auch, also, der war schon wertiger produziert auf jeden Fall als die alte TV-Serie damals. Oder zumindest die, die ersten Staffeln da. Ja, aber der Zeichenstil ist gar nicht mal, ja, gut, den könnte ich irgendwie noch so als oldschoolig charmant durchwinken, ne, so ein bisschen verschroben vielleicht auch. Aber das, was gezeigt wird, ist halt das große Problem. Denn, also, mein Lieblingszitat aus dem Film ist, wenn wirklich jemand sagt, jetzt kapiere ich gar nichts mehr und einmal musste ich wirklich lachen, als mittendrin, wo irgendwie jemand in so eine Zwischenwelt katapultiert wird von den Menschenbiestern, die irgendwie einfach nur Menschen sind mit seltsamem Aussehen, als der in so eine Zwischenwelt katapultiert wird oder sowas ähnliches und da allen Ernstes der THX-Sound zu hören ist. Da musste ich wirklich sehr lachen. Ja, das ist auch, also, es ist schon irgendwie bemerkenswert, mit was für einer Ernsthaftigkeit er versucht, diese hanebüchene Handlung, ja, also, mit der die präsentiert wird, weil es ist so offensichtlich, dass diese Handlung einfach nur Alibi ist, um halt eine obszöne Gewalt und oder Sexszene oft auch kombiniert halt aneinander zu reihen. Mhm, auf jeden Fall, das ist wirklich, das ist der Kitt dazwischen. Es wäre, also für mich wäre es erträglicher gewesen, wenn der Film halt sich eher über sowas lustig gemacht hätte, aber der hat ja, der hat ja einen heiligen Ernst, das ist ja unerträglich. Vor allem die Figuren sind auch allesamt wirklich furchtbar, also wie schon die Hauptfigur eingeführt wird und dann auch das Ganze schnell einhergeht mit einer, also jetzt nicht durch seine Person, aber wie ist das nochmal, ich glaube, eine seiner Mitschülerinnen wird doch von einer Lehrerin, die irgendwie in weiten Dämon ist, vergewaltigt und die Szene hat wohl damals auch sehr für Furore gesorgt, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, der Film wimmelt wirklich vor Objektifizierungen von Frauen bis der Arzt kommt, also wir haben nahezu keine weibliche Figur, die hier nicht komplett blank zieht und ja, ordentlich herangenommen wird, sagen wir es mal so und das ist wirklich, also ich glaube, das ist der expliziteste Anime, den ich je gesehen habe. Ja, es ist halt auch so absurd, weil also ne, der hält und so wird er im Film auch im Laufe des Films gezeigt. Wir fangen dann, also wir sehen hier am Anfang, wie er die Mädels in der Schule beim Umkleiden beobachtet, sich dabei einen runterholt und später beobachtet er dann die Szene, wo seine Mitschülerin von der Lehrerin schrägstrich Dämonen da vergewaltigt wird und natürlich, was passiert? Ja, sie verliebt sich in ihn. Klar, so, also, was soll man da noch groß zu sagen, ne? Ja, ja, aber das, äh, das ist auch, äh, mit das Schlimmste an den ganzen, äh, fürchterlichen Sex-Szenen. Du hast das Gefühl, dir werden hier Vergewaltigungen präsentiert, äh, während dir, dir suggeriert wird, dass, ja, dabei Lust empfunden wird und, äh, das Ganze ist weder irgendwie, äh, also ich muss sagen, ich fand's auch ästhetisch teilweise unglaublich hässlich. Also ich mein, klar, das sind irgendwelche Dämonen, die dann irgendwelche Tentakel ausfahren und in diverse Körperöffnungen verfrachten und das Schlimmste ist halt für mich, also zum einen der, der heilige Ernst des Ganzen, dieses Explotative und vor allem, weißt du, wenn es, wenn es wenigstens so drüber wäre, dass es irgendwie spaßig ist oder, oder dynamisch inszeniert oder sonst was, aber ich sag's ganz ehrlich, ich habe mich tödlich gelangweilt. Wirklich, ich, ich war angeekelt und gelangweilt so im, im Sekundentakt eigentlich. Ja, das geht mir ganz genauso. Also ich finde, ganz grundsätzlich kann man ja sagen, das ist ja durchaus legitim, dass Filme mal irgendwie unmoralische Sachen darstellen. Ich meine, ganz platt muss man ja auch sagen, wir gucken ganz viele, gucken Action- und Horrorfilme und wir wollen nicht, dass in der Realität irgendwie ein Killer Massen auf Leute umbringt oder keine Ahnung. Ich liebe die John Wick-Reihe, ich will trotzdem nicht, dass irgendwie ein trauernder Ehemann irgendwie pro Sekunde zehn Leute niederschießt. Das möchte ich nicht. Alles nur wegen seinem Hund. Genau, richtig, genau. Also wir können ja schon irgendwie abstrahieren und sagen, das ist eine Film-Realität und wir möchten das nicht in unsere echten Realität. Aber das hier ist wirklich in so einer, also das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, das ist total kaltschnäuzig auf jeden Fall, was dann irgendwie wieder bemerkenswert ist, wie das durchgezogen wird. Aber ich bin auch bei dir, das ist nicht so drüber, dass das schon wieder unterhaltsam ist, beziehungsweise, also ich glaube, es war schon irgendwie schräg, also ich fand es auch unfreiwillig komisch, aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt eher, der Film ist fast 30 Jahre alt, deswegen ist das so und das ist auch alles so platt, also das ist ja nicht mal so, dass da irgendwie, also man kann ja Sex und Erotik, das ist ja auch kein Sex, das ist eine Vergewaltigung, aber man könnte das ja irgendwie auf so eine, weiß ich nicht, spannende, interessante oder irgendwie produktive Art provozieren zu sagen, nach dem Motto, wir leben irgendwie in einer prüden Gesellschaft und das wird hier irgendwie eingerissen, aber das ist so billige Pornoästhetik und da wird ja auch immer so eine platte Pornomucke hintergelegt. Also das ist gefühlt, ich weiß nicht, ob in jeder Vergewaltigungsszene immer so dieser gleiche Doodle-Sound kam, wo ich denke, das könnte auch in so einem, also halt billiger Porno oder irgendwie so eine Fahrstuhlmusik, ich weiß nicht, aber das ist alles so blöd. Wir müssen ja dazu sagen, das Ganze gibt es ja erstmals jetzt ungekürzt dann in deutscher Vertonung, die haben wir aber gar nicht zu Ohren bekommen, weil wir einen Screener hatten mit Untertitel, also in Originalsprache und naja, das klingt ja manchmal schon ein bisschen, bisschen merkwürdig, ne? Also das Japanische ist ja immer sehr, sehr, sehr schroff und, ne? Aber irgendwann habe ich wirklich nur noch gewartet, wann kommt jetzt da Untertitel, warum liegt hier eigentlich Stroh? Von irgendwie so einem, so einem Dämonenmonster oder sowas, also, ach, das ist, und das Schlimme ist auch die Handlung, also wenn man es überhaupt so nennen kann, also wie, wie, wie soll man das sagen? Es ist, es ist eigentlich ein, es ist eigentlich ne, ne, auf dem Niveau von so einer Bravo-Foto-Love-Story gemischt mit Dämonenhorror und dargebotener als Hentai-Porno. Das ist es eigentlich, weil es ist, es ist total Latini-Scheiß, das kommt halt auch noch dazu. Ja, ich, ich, ich weiß auch, ich habe auch die ganze Zeit gehofft, so, okay, da wird dann ja irgendwie als verruchtes Meisterwerk, äh, geschrieben und ich dachte, aha, vielleicht wird das ja irgendwann mal, gebrochen und es wird irgendwie so eine neue Ebene gemacht. Ja! Ich sag mal so, das, das, also, ist das Subversivste, was man dem Film sagen kann, am Anfang, ähm, wird unser Held mit einem Basketball getroffen und dann hat er eine kleine Wunde am, im Gesicht und dann leckt ihm Typ das Blut weg. Das ist ungefähr das Subversivste, was in diesem Film passiert, weil alles andere ist halt wirklich einfach nur, wirklich so platte Frauenverachtung und Objektifizierung nach dem, also ne, Tentakel in alle Löcher und am Ende werden dann, also werden die Zweifel dann nochmal irgendwie zerrissen und blutig, also nicht nur Blutspritzt, alle Körperflüssigkeiten spritzen. Ich denke so, warum? Also was soll das? Das ist wirklich doch einfach nur so Provokation der Provokation willen, ohne da irgendwas, also auch nicht, dass es irgendwas einreißt, wo ich denke, man kann auch mit einer massiven Gewalt und auch meinetwegen mit massiver Nacktheit provozieren, um irgendwie so ein konservatives Publikum mal aufzurütteln, aber das, nee. Du hast es schon gerade richtig gesagt, es fühlt sich alles so selbstzweckhaft und aufgesetzt provokant an einfach, also da ist auch nicht irgendwie, also ich bin da ganz bei dir, ich habe teilweise gewartet, ob hier noch irgendwie eine Meta-Ebene oder sowas aufgemacht wird, von wegen, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ich meine, ich war so zehn Minuten drin und dachte mir so, oh mein Gott, und das jetzt für zwei Stunden? und dann weiß ich nicht, dachte ich auch, dass vielleicht dieser ganze mythologische Überbau, der ja durchaus da ist, dass der vielleicht mal irgendwie reinknallt, aber der hat mich auch nicht gekriegt, das wirkt alles so zu, mit Verlaub zusammengeschissen, also mit diesen drei Welten und was dann auch total bekloppt ist, dir wird diese ganze Zeit dieser Obermods angekündigt und sie denken ja, also dieser Shoujin, dass der irgendwie die Welten vereint und besser machen wird und was ich dann besonders lustig fand, also im ersten Teil wird noch Shoujin gesagt, zumindest in Untertitel, im zweiten Teil wird dann aber direkt die Übersetzung benutzt, Überteufel und dann denke ich mir so, aha, also jemand, der Überteufel heißt, von dem denkt ihr, dass Make the World Great Again, also, boah ey, das ist wirklich, es ist so, es ist so doof und es nimmt vor allem auch wirklich, also der zweite Teil ist dann dahingehend sogar noch, also der ist, der ist deutlich kürzer, ja, der geht nur 80 Minuten, also nur und der ist, der ist auch teilweise so doof, also er hat, er hat zumindest Ansätze, also der, der guckt sich besser weg, würde ich sagen, aber der geht dann auch wirklich richtig in Trash-Gefilder, also ich kann das mal kurz anreißen, da wird dann noch ein Wissenschaftler in der Nazi-Zeit eingeführt, namens Münchhausen, der Zweite, er sieht so ein bisschen aus, wie, wie der Joker als Teenie, der eingelaufen ist, da gibt es auch so, so Rückblenden und, äh, der will dann irgendwie jetzt den ultimativen, oder, oder, nee, irgendeinen anderen Dämon beschwören mit Hitlers Vergewaltigungsmaschine, um dann, äh, den, den Shogin anzulocken und, äh, zu töten oder irgendeine Scheiße. Ja, das, das klingt alles total beknackt und, was an dem zweiten Teil so ein bisschen paradox ist, der hat zwar, in Anführungsstrichen, weniger Sex, dafür aber noch expliziter. Also, wir haben hier wirklich teilweise Genitalien, die in Nahaufnahmen in den Körper eindringen und auch so diese Tentakel-Geschichten wieder und, oh, es ist wirklich, beim zweiten Teil habe ich das Gefühl gehabt, der hat zumindest, wie gesagt, versucht, irgendwie sowas wie eine Geschichte zu erzählen. Der erste ist ja wirklich nur Exploitation pur, seien wir ehrlich. Ich muss nur sagen, ich habe es irgendwann nicht mehr verstanden. Was, was da, warum in den, in den letzten 20 Minuten passiert, keine Ahnung, und das war mir halt auch völlig egal. Ja. Aber ich habe auch irgendwie gehofft, vielleicht ist man ja so konsequent und sagt, der Typ, der in Anführungszeichen hält, stellt sich als Arsch heraus, weil er ist ein ekliger Arsch. Aber nö, nö. Er wird wirklich als der Gute dargestellt, dann verlieben die sich ja und dann ist der, dann ist das ja so eine richtig konservative Botschaft, weil die sind dann noch ein ernstes Paar und dann dürfen die beiden auch echt einen romantischen Sex haben. Und ich habe, was ist denn hier los? Also da merkt man wirklich, ne, also das, das können wirklich nur, das muss man ja ganz stumpf sagen, das können wirklich nur irgendwelche Dudes geschrieben haben, die gesagt haben, okay, wir schreiben das jetzt, um andere Dudes geil zu machen. Und ja. Ja, der Film ist ja auch, hat nochmal, schöne Grüße an Till, der Film hat glaube ich so ein bisschen Ende der 80er, Anfang der 90er anscheinend Tentacle Rape, also Tentakel Vergewaltigung popularisiert. Ja gut, wer damit was anfangen kann, gerne, also bei mir ist das wirklich, also mich, mich hat das auch wirklich wahlweise einfach nur genervt, kalt gelassen oder wirklich einfach, einfach nur abgestoßen. und vor allem die erste halbe Stunde ist dieser Film so wirklich, also der erste Teil, jetzt der ist wirklich, der ist, der ist so rastlos und so vollgestopft mit, 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 mitten in die Fresse Scheiße, also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so formulieren muss, aber das ist, das ist wirklich nicht zu ertragen, also dagegen kam mir der zweite fast ein bisschen gediegen vor, sage ich ganz ehrlich. Also den zweiten Teil, den würde ich mir eher nochmal angucken als den ersten. Ich glaube, den ersten werde ich wirklich, den werde ich nie, wieder schauen, wirklich. Ich habe es jetzt auch nur für den Podcast gemacht und ich bin ganz ehrlich, hätten wir das jetzt nicht für Screener und Podcast und so weiter, dann hätte ich den, glaube ich, nicht zu Ende geguckt, den ersten, ganz ehrlich. Also ich, ich mache, ich mache wenige Filme aus, aber der war wirklich, nach zehn Minuten dachte ich mir schon so, ach du Scheiße und das, und es, es ging auch einfach immer, immer, immer weiter und vor allem, du hast es schon richtig angesprochen, also nicht nur, dass der Male Gaze bis ins Valhalla betrieben wird, also wer zuletzt The Substance gesehen hat, der soll sich das immer geben. Du hast schon recht, es wird auch ganz klassisch, so eine, so eine heteronormative Fantasie damit bedient, dass ständig auch irgendwie Frauen miteinander gezeigt werden oder dass es dann auch irgendwie mal, weiß ich, Dreier, Vierer Kombinationen gibt und sowas, ne? Ja, und also, und bei The Substance kann man glaube ich diskutieren, ob der jetzt super clever ist oder nicht, aber da wird das ja so übertrieben, also das ist ja grotesk, wie, wie Margaret Corley, die ja auch für den Film da mit, mit Make-up und, äh, äthetics da quasi nochmal, Anführungszeichen, perfektioniert wurde, das ist ja so übertrieben, dass das schon irgendwie, also auch in so einen Ekel rutscht. Ja. Und das soll hier nicht sein, also ich finde auch, dieser Film ist auf andere, auf ganz andere Weisen irgendwie eklig oder banal, ja. Aber das ist alles so ernst gemeint, also man hat wirklich das Gefühl, die Leute denken halt so, ja, schon geil, ne? Und ich finde das mal geil und ich denke so, mh, nee, nee, mh, mh. Ja, also wenn man den inneren Shoujin in sich, äh, herauslassen will, dann kann man sich den wohl wahrscheinlich gerne ansehen. Die Leute dürfen sich gerne viele Meter von mir entfernt halten und mich weitläufig umfahren, äh, also ich, ich werde mir das wirklich nicht nochmal antun. Da gibt's ja, also soweit ich weiß, ist das ja, glaube ich, ein ganzes Franchise auch, äh, ziemlich, hat einen gewissen Kultstatus, wie ich das mitbekommen hatte. Ja, ich habe auf Letterboxd gesehen, dass es, glaube ich, irgendwie fünf Teile insgesamt gibt. Also, ich finde das ja auch völlig legitim, wenn man, wenn man das geil findet und sich, also das, na gut, sollte man vielleicht drüber nachdenken, warum man so eine Herabwürdigung von Frauen geil findet, aber man findet ja vielleicht erst mal bestimmte Sachen geil, aber dann gibt es doch garantiert ehrlichere Pornos Hentai ist, die man sich anguckt und nicht so einen quirlten Kack, der dann viel zu lange geht und wo's, also. Ja, wo vor allem, wo vor allem ohne Ende auch gelabert wird. Genau, also ne, hier no King-Shaming, aber, also das hier doch nicht. Also weiß ich nicht. Nein. Nein. Also das, aber, äh, wie gesagt, also, äh, vielleicht, ich meine, wir haben den Screener für den zweiten Teil noch. Der ist zwar trivial as fuck, aber, also der, der hatte ich das Gefühl, entwickelt sich so in Richtung, Veranstaltung, es ist so doof, dass es eventuell irgendwann sogar unterhaltsam sein könnte. Ja, Betonung auf könnte, ganz, ganz riesig. Aber ansonsten, boah, keine Ahnung, also ich muss sagen, ich find's auch nicht gut, dass man das jetzt irgendwie auch nochmal ins, ins Kino bringt, weil, äh, das, das taugt nix für die Leinwand und, keine Ahnung, wer, wer braucht das im Kino. Also gut, wer reingehen will als Nostalgiker oder sonst was, oder mal richtig, richtig harten Anime sehen will, go for it, aber dafür würde ich persönlich kein Geld ausgeben. Äh, trotzdem herzlichen Dank natürlich an der Stelle für die Screener. Aber, nee, das war für mich wirklich, weil ich hatte ursprünglich sogar vor, beide Teile an einem Streifen zu sehen. Das wären dann ja wirklich dreieinhalb Stunden gewesen. Äh, aber da ich auch noch sowas wie ein Leben habe, äh, hab ich dann irgendwie zwei Tage dazwischen gehabt und der zweite Teil der, also es, es kann auch sein, dass ich den, den zweiten jetzt sogar einen Tacken besser, in Anführungsstrichen, fand, weil der erste halt wirklich urstbeschissen war und im Nachhinein noch weiter abgesackt ist bei mir. Äh, du hast den auch schon vor ein paar Tagen geguckt, glaube ich, ne? Ja, genau richtig. Ja, das ist, ich bin dabei, ich verstehe auch wirklich nicht, warum man das nochmal veröffentlicht. Weil ich finde, abseits dieser Gewalt, also die einfach nur scheiße ist und diese, diese sexualisierte Gewalt, ich verstehe nicht, warum man das nochmal zeigt. Also, das kann mir, also ich finde es ja, also ich finde es ja mal gut, dass man irgendwie abseitige Animes zeigt und vielleicht auch Animes, die nicht alle Leute kennen. Also ich meine, ich würde auch gerne nochmal Golden State Shell im Kino gucken, habe ich noch nicht. Oh, sofort. Aber auch gerne was anderes, was man vielleicht noch nicht kennt, aber ich verstehe es hier wirklich nicht. Also, ja. Naja, wer es sehen möchte, viel Spaß im Kino oder dann mit dem Media Book zu Hause, was weiß ich, vielleicht gibt es ja da die Tentacle Edition oder irgendwie sowas. Von mir auf jeden Fall keine Empfehlung, das war wirklich, also gut, ich werde ihn jetzt nicht in meine Jahresflopten mit reinnehmen, weil der Film ist ja eigentlich ziemlich outdated, ne? Aber das war wirklich eine der anstrengendsten Sichtungen für mich dieses Jahr. Also das ist für mich so ein bisschen das gewesen, was letztes Jahr Skinnamering war. Da war ich auch schon so nach zehn Minuten, oh, jetzt könnte eigentlich schon Schluss sein, aber das geht jetzt noch weiter und weiter und es passiert nichts. Aber ja, dazu mehr in der Besprechung zu Skinnamering. Und wenn ich hier noch was anderes beim Tele-Stammtisch empfehlen kann, im Animationsbereich, wie du gerade schon erwähnt hattest, wir haben auch mal Ghost in the Shell besprochen, sowohl den Anime als auch das US-Remake mit Scarlett Johansson, für das ich da tatsächlich eine kleine Stange gebrochen habe. Das ist nicht so schlecht wie sein Ruf, wie ich finde, aber war ja, hat ja damals auch reichlich für Furo gesorgt. Nicht so wie das hier. Also der hier hat schon, also eins muss man sagen, der Film hier hat schon seinen Ruf zurecht und man versteht auch, warum der so lange auf dem Index gewesen ist, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also guckt euch andere Sachen an. Ich meine, auf Netflix ist unter anderem, ne, gibt's ganz viele Ghibli-Filme, ja auch der Junge und der Reihe ist gestartet, aber da gibt's zum Beispiel auch, dieses Jahr ist da gestartet, The Imaginary, das ist eine ganz schöne Geschichte, oder auf Amazon Prime, das ist ein knapp 60-minütiger Anime-Lookback, der ist aktuell sogar in den Letterboxd 250, weil der so gut bewertet ist. Ich war jetzt nicht ganz so begeistert, aber das ist einfach eine schöne Geschichte über zwei Mädchen, deren Begeisterung Mangas zu zeichnen, dadurch werden sie zu Freundinnen. Und das ist also wirklich auf allen Ebenen das Kontrastprogramm zu diesem Film und das kann man sich viel besser angucken. Alles klar, gut, da habt ihr die Empfehlungen von unserem Animationsfilms, Animation-Filmsexperten? Ich kann auch kein Deutsch mehr. Egal, da habt ihr's gehört. Ja, Johannes, gerne wieder zu dem Animationsfilm. Jetzt hab ich, ich meine, wir haben ja noch nicht so viel zusammen gemacht, aber jetzt hab ich bei dir immer die Barriere durchstoßen. Es hört sich irgendwie auch falsch an bei dem Film, aber egal. Aber es kommt ja in nächster Zeit noch einiges andere und ich freu mich da sehr, wenn wir da wieder zusammenkommen. Wahrscheinlich dann sogar noch mit dem Kollegen Lasse bei dem einen oder anderen Titel. Wir, oder ich, bin damit zumindest raus. Gerne, ja, in die Kommentare schreiben, wenn ihr den Film trotzdem vielleicht sehen wollt, wenn ihr riesen Fan dieses Franchises seid, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, wenn ich ehrlich bin. Lasst uns das gerne wissen, ob nun beim YouTube-Upload auf teleminostammtisch.de und damit sind wir raus und Johannes, ich überlasse dir natürlich das letzte Wort und, ja, Arigato. Ja, freuen wir uns auf eine besinnliche Zeit, wozu dieser Film wirklich gar nicht passt. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.